Moin Leute, herzlich willkommen hier bei Bird of Play. Ich bin der Dutz und wir machen jetzt mal ein Mini-Mini-Info-Video, denn ich werde hier nicht nur Livestreams für diese Woche ankündigen, sondern es hat sich auch was getan. Und wer von euch kann sich noch hier dran erinnern? Ja, mein Mini. Da gibt es gute Nachrichten. Ich habe endlich die Capture Card. Was bedeutet, ich kann nicht nur ihn hier aufnehmen oder auch Livestream. Ich kann hiermit jetzt auch aufnehmen und Livestream und ich kann endlich mein Handy abcaptchern. Yes! Ah, da freue ich mich drüber. Dauert aber noch ein ganz kleines Weitchen, weil ich brauche dazu noch zwei bestimmte HDMI-Kabel. Die werde ich mir im Laufe der nächsten Woche dann holen und dann können wir hiermit erstmal beginnen, weil der Mini, der liegt mir besonders am Herzen. Ich will das Ding endlich aufgebaut haben. Die mehreren Mini-Livestreams, weil das werden einige, einige, einige werden, die werde ich aufnehmen und dann hier auch auf YouTube hochladen. Ja, wie gesagt, ich möchte mit euch ein bisschen mit dem Handy spielen. Ich habe da zwei Spiele. Der eine oder andere wird sich denken, um welche beiden Spiele es sich handelt. Die wollte ich mit euch spielen und auf jeden Fall hier SNES. SNES. Und der ist schon angeschlossen und darum geht es jetzt. Nämlich, ich werde am Dienstag, also heute Livestream, ich werde Donnerstag Livestream und ich werde Freitag Livestream. Jeweils um 19 Uhr. Und heute werde ich definitiv SNES spielen. Ich denke mal, es wird auf Metroid hinauslaufen. Wir müssen mal gucken. Vielleicht spiele ich auch was anderes. Könnt ihr mir ja dann in den Chat schreiben, was ihr gerne sehen wollt. Ich möchte am Donnerstag da noch ein bisschen SNES spielen. Aber am Donnerstag möchte ich auch ein bisschen Star Trek Online spielen. Aber wir fangen mit SNES an und hören da mit Sto auf. Und am Freitag, das wird jetzt den ein oder den anderen freuen, werden wir Bridge Crew zu Ende spielen. Erstmal bloß Bridge Crew. Es kann sein, aber das ist ein ganz riesiges, böses Kann sein, dass wir noch Sto spielen. Wenn noch Lust da ist, sollten wir sagen, nee, das Spiel, kein Bock mehr drauf. Das läuft gar nicht. Dann werden wir es so spielen. Aber ich denke mal, das ist dolle, 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 dolle unwahrscheinlich. Wir werden den ganzen Abend auch bei Bridge Crew abhängen und versuchen, dieses doofe Spiel endlich durchzuspielen. Halleluja, das wird eine hellen Arbeit. Aber wie gesagt, Dienstag, Donnerstag und Freitag, 19 Uhr, Livestream bei mir auf Twitch. Beginn tun wir heute mit dem SNES. Am Donnerstag SNES und Sto und am Freitag Bridge Crew. Gut, dann noch eine Kleinigkeit, den wir uns schon über Sto ganz kurz unterhalten haben. Ich werde bloß mal ganz kurz eine Sache raushauen und zwar Dominion Domination. Ja, ich habe mich mit dem Projekt total übernommen. Das gebe ich hiermit offiziell zu. Das wird noch eine ganze Weile dauern, bis ich da was Neues zu raushauen kann. Und nicht nur, dass ich mich mit dem Projekt übernommen habe. Meine Bills funktionieren noch nicht. Und da muss ich auch noch mal reingucken. Also ja, dolle, dolle übernommen mit dem Projekt. Keine Sorge, da wird was kommen. Ich habe auch schon eine Idee, was, weil da habe ich unheimlich viel Bock drauf. Und ja, ich denke mal, das werden wir jetzt erst mal vorbereiten. Gut, wollte ich euch bloß noch mal gesagt haben, dann sehen wir uns jetzt demnächst wieder bei einem Livestream. Am Dienstag, am Donnerstag und am Freitag könnt ihr euch aussuchen. Ja, also bis dahin. Schausen. Ja, also bis dahin.